So, willkommen zurück zur Battlefront Dämmerung auf Voth So, gleich los geht's hier Ja, dann wollen wir mal Mal gucken, was wir hier gebacken kriegen Rebellen ablenken, deactiviert Sehr schön Oh, fuck Oh, Mann, ey Ah, das ist einer von uns, okay Ah, das hol... Ja, das war meins, aber... Na, komm Sehr schön Die Rebellen kontrollieren die Uplink-Station Wir müssen sie deaktivieren Sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bomber aufs Korb Ja, nehmen wir mal den hier Gebt mir aus dem Weg Habe große Helden Habe große Helden Ja, da kommt ja ein Bastard hier hoch Ah, kommt ja ein Bastard hier hoch Ah, ist bedürftig, äh, mit der Schellung Nur ein weiteres Ziel Für euch Seht ihr sie? Ah, die ist keine Sau Ah, die ist keine Sau Ah, die ist keine Sau Wieह Ska Ah, so viel dazu Ja, schön Klammenwerfer einsatzbereit? Irgendwann krieg ich dich Sehr schön Oh, war ja schon knapp, ey Wichser, ey Naja, ein paar Quills gemacht Na, wieso alle da rumstehen, wie die Idioten, ey Statt mal anzugreifen, ey Ja, guck mal, wo er sitzt, ey, da oben, ey Sitz da oben, war ja wahrscheinlich eine Strift, ey, mit viel Eierkraut da oben Die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert, du müsstest sie abschalten Ja, freudig Naja, wenigstens nähen, mitgenommen Aber das hat immer von hier hinten, ey, starten muss, ey Das ist totale Scheiße Och, Mann Er hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst Das ist echt zu weit zum Latschen, ey, das ist kacke Och, geh doch da rüber Ja, da steht auch Ena, sehr schön Ne, wie soll er wegrennen, ey Feindliche Luftunterstützung im Anflug Ja, er hat mich voll gesehen, alles klar Naja, scheiß drauf Der EDIT ist den Rebellen schutzlos ausgeliefert Verteidigt ihn Aufpassen, Rebellen in sich Komm, mach den Scheiß, Dinko, warte, ey Das ist doch furchtbar Mensch, was ist denn hier los? Unsere Suchdröchen haben Skywalker endlich Er ist ganz in der Nähe Holten ihn euch Mann, Mann, Mann Mann, Mann Ah, sehr schön Die Rebellen haben den Ablink aktiviert Vorrücken und Abschalten Das sägt doch ja, ne Die Rebellen werden die Rebellen in Zorn von Lord Vader Sehr schön Wir haben ihren Ablink deaktiviert Verändert jegliche Reaktivierungsversuche Ah, jeder von uns, ok Boah Das war knapp, ey Jetzt werden wir diese Rebellion niederschlagen Na, da steht zwar keiner, aber Alle, die Jut Ihre Rebellen haben Wirring-Unterstützung angefordert Ihre Rebellen haben Wirring-Unterstützung angefordert Wir müssen diese Ablink-Station deaktivieren, um ihre Bomber zu stoppen Bereit nach für Kaffhandlungen Oh, da sind so viele, ey Wir haben den Ablink deaktiviert Das müssen ihre Bomber aufhalten Die Rebellen haben den Ablink aktiviert Vorrücken und Abschalten Ach, Mann Wo stehen wir den 13.7er? Ist doch schon mal besser als letzte Runde Letzte Runde war ja Abartig dreck Unsere Scanner haben Prinzessin Lea in eurem Quadranten geordnet. Aber ich denke mal, das packen wir, das dürfte hier nicht das Problem sein. Ach so, ach ja, ich hab gedacht, das wäre so ein... Hm, scheiße, nicht gesehen, ey. Naja. Naja, das packen wir. Locker. Ist das hier noch so ein Tiefflieger? Ne, lass mal. Oh, ein Schuss, zehn Prozent, ey. Hallo? Wir sind in der Unterzahl. Oh, fünf Prozent, ey. Wir haben unseren Kampfläufer am Haken. Unser Kampfläufer hängt an ihrem Haken. Die Prinzessin hat uns eine Menge Ärger. Ah, dieser Scheißteil, Mann. Na, scheiße, ey. Na, super, ey. Äh, echt, ey. Ey, so ne gute Runde, Mann. Ach du Scheiße, alles klar. Geh' im Zoo, oder was? Geh' im Zoo, oder was? Mann, das wär' ich gewesen, ey. Naja, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten spruzigen Runde wieder. Also haut da rein, bis dann.